Oh nee, oder? Was denn? Schlichte Autopanne oder fieser Racheakt? Ausgerechnet heute? Echt? Denn hat jemand Verschwörung. Was? Kommen Sie dem Täter auf die Schliche? Die Überwachungskamera vom Büdchen hat das Auto die ganze Zeit im Blick gehabt, würde ich sagen. Das checke ich direkt. Da, ah nein. Das glaube ich jetzt nicht. Unter uns. Heute, 17.30 Uhr.